Ja, gut, 10.000 Punkte ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Tja, und jetzt sollte man also aufpassen. Gefolgen zu setzen die Sonnen von außen, bringen sie ein geladenes Molekül zur Explosion, die ätzendsten Substanzen unschädlich zu machen. In der Praxis bedeutet dies, dass sie kein Molekül schleudern können. Achso, das ist ja uralt. Das ist ja uralt. Ich steh echt beschissen gerade, muss ich sagen. Ich hätt' gerne nochmal mit den Wachen Upgrades. Da ist schon mal Nummer 1. Oh, da sind's dann. Huch! Die sind aber richtig stark, die Bieste. Die halten ordentlich was aus. Ich brauch die Nano-Satelliten. Ich weiß aber gar nicht, wie man die herbeirufen kann. Ich bin vergiftet. Ich war vergiftet. Boah, mies. Das ist richtig mies. Aber einfach die ganze Zeit die Molekül behalten. Da passt es schon. Achso, die können immer noch. Scheiße. Immer noch regenerieren. Ich brauch meine Wachen Upgrades. Da ist wieder eins. Das Moleküle-OP. Ist das mies. Oh, ich brauch noch ein gelbes. Oh, ich brauch noch ein gelbes. Ich brauch immer noch ein gelbes. Der aber weg ist. Warum ist der weg? Finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich brauch immer noch ein gelbes. Ansonsten heilen die sich. Da ist ein gelbes. Miese Kettenreaktion. War aber ziemlich gefährlich. Muss ich sagen. So, schauen wir wieder nach. Au, shit. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Gib mir was. Okay. Grünes. Grünes bei 5000 Giftwüchern, die hier rum sind. Ist ja eh zu finden. Ah gut, da müssen die sich halt nicht verhielten lassen. Ist mir auch egal. Schon mal ein grünes. Und das zweite Gründung. Wuhu. Easy going. So, ein blaues. Schaffen wir. So ein bisschen. Ah, da ist ein blaues. Super. Ein bisschen schwer hier, sich auf Dinge zu konzentrieren, die viel zu viel sind. Aber hey, was soll's. Wer hat sonst langweilig das Spiel, wa? Ach, da ist ja gar kein gelbes. Noch ein blaues. Noch ein blaues. Noch ein blaues. ein rotes. Rotes und blaues brauche ich bisher noch. Aber, ich finde hier gerade nichts. Ich bin hier gerade etwas... Ach ja, ich bin hier gerade etwas überlastet, sage ich mal so. Boah, jetzt kommen die hässlichen Kack-Dinger schon wieder mit dem Sloan. Da wird der Strang ein bisschen geheilt, was soll's. Wird jetzt nicht so übermäßig viel sein, dass es so viele Fortschritte von mir tötet. Wenn man da kaputt macht, wie auch immer. Aber man sollte es nicht zu viel hehlen lassen. Da ist wieder ein Nano. Oh, nice, 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 nice. Da ist es. Na? Oh, zwei Nano-Dinger. Vergiftet. Schon wieder vergiftet, verdammt. Zu viele Dinge, die rumfliegen. Kann man sich kaum noch konzentrieren. Hauptsache irgendwas abballern. Der Rest ist relativ. So much damage. Hauptsache ballern. Ey, das Ding ist eigentlich kaputt. Ist ja langweilig. Geht ja viel zu schnell. Tadam. Mission erfüllt. 90, naja, 89.000 Punkte. Hört das denn nie auf? Sobald wir eine Mutation besiegt haben, hat das Ding schon die nächste Schweinerei ausgebrüht. Das hat somit Viren aus sich. Ich konnte ein paar Schwachstellen in der Makrostruktur des Organismus isolieren. Wir müssen die Verbreitung über das Lüftungssystem nur noch für einige wenige Minuten unter Kontrolle halten. Es ist bereits eine große Anzahl Sonden unterwegs zu kritischen Zielen. Aber sie brauchen Zeit. Destabilisieren sie die Kette so schnell wie möglich und verhindern sie deren Autoreparatur. Oh man, ich sehe es schon wieder vor mir. So 89.000 habe ich noch. Schildkulte und Phase. Reduziert Ausbremsung. Nehmen wir das mal mit. Das Plasma-Ding weiß ich gar nicht. Manchmal kann ich das gut benutzen, manchmal aber auch gar nicht. Sie starten jede Mission in Level 2. Ach ja, Molekülgeschoss mit 60 und 66% schneller. Molekülgeschoss Schaden plus 100%. Zack. Okay, weiter mit der nächsten Mission. Wir müssen das Ding also so schnell wie möglich kaputt machen. On my way. Ich sehe schon wieder 5 Millionen Monster hier. Ich war da gerade noch ein zweites. Ach, ist das ärgerlich. Ich kann nicht mal verschwinden. Ich kann nicht mal verschwinden. Das ist ein gelbes. Verdammt, das war ein grünes. Das ist das, was ich gebraucht hatte. Ich bin hier einfach zu weit hin. Ich muss weiter nach vorne. Das ist ein blaues. Einfach schon am Ende von der Kette. Und das bringt nichts. Ein rotes. Kriegste. Hoffentlich. Ja, kriegste. Mal schauen. Verlangen sie mir damit das Ding? Gefühlt nicht, nee. Obwohl doch. Bisschen langsamer ist es geworden. Oh, da haben wir einen Nano-Satellit. Das freut mich doch. Ah, ein grünes brauchen wir. Blaues. Rotes. Jetzt hat es kaputt gemacht. Schade. Mein Molekülschaden. Macht so much damage. Hoppla. Er ist kaputt gemacht. Naja, ist egal. Und verzeiht mir bestimmt schon. Ein gelbes. Gelbes kriegst du irgendwann. Jetzt kriegst du das gelbe noch nicht. Oh, hier ist ein Vierer. Nee, doch nichts. Da ist noch ein Stück grün da mit dazwischen. Er kriegt immer noch ein gelbes. Da hat er ein gelbes. Da. Bittesehr. Nächste Kettenreaktion. Wuhu. Sollen wir da ein blaues? Patsch. Einfach reinschmeißen. Scheiß drauf, ob es passt oder nicht. Der Helix-Strang ist ja gleich wieder voll. Mann, Mann, Mann. Geht ja so fix hier. Ich stehe schon wieder total falsch hier. Warte, ein grünes. Ah, scheiß auf das Grün. Einfach wegschmeißen hier. Au, 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 au. Too much damage. Boah, sind hier viele Feinde, ey. Lass mal wieder in Ruhe weg. Oh, scheiße, das ist ein rotes. Ah, da, rotes. Ah, schade. So, wo haben wir denn noch eins? Ei, 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 ei. So viele Gegner. Schon wieder ein blaues Alter. Gebt mich nicht auf die Eier. Macht euch langsam vom Acker, ihr Mistbiester. Oh, wieder ein Nano-Ding? Ist natürlich schick. Boah, nächster Heal. Ach, ein blaues, ja? Dann warte ich kurz, bis die Giftfolge weg ist. Jetzt kann ich hin. War total safe, wenn man dieses Molekül hat. Total cool. Wow. Gelbes oder blaues brauche ich. Kein grünes. Ah, das gelbe. Okay. Daneben. Wer hat es gedacht? Wer langweilig geworden hätte, hätte ich getroffen. Win nach sechseinhalb Minuten, das sich ja zwei-, dreimal hochgehielt hat wieder. Mission Access. Wir sind bereit zum Angriff. Die herzähnlichen Organe pumpen Toxine durch das ganze Leben. Das ganze Gebäude. Sie ernähren den Organismus. Wenn wir sie alle gleichzeitig zerstören, werden die organischen Strukturen absterben. Von mir aus kann's losgehen. Sie sollten wissen, dass die Organe gut geschützt sind. Wenn es ihnen nicht gelingt, das Kraftfeld um sie herum zu schwächen, werden ihre Waffen nutzlos sein. Sonst noch was? Ja, die Klauen. Vermeiden sie jeglichen Kontakt mit den Klauen. Vor allem, wenn sie leuchten. Und selbst dann, wenn sie ein Molekül geladen haben. Oder mit ihren Worten, leuchten die Dinger die Beine in die Hand. Gerne. Das wird wohl das letzte, die letzte entscheidende Mission sein. Reduzierung, Ausbremsung, 40% Tempo mit... Halt ja mal ein bisschen mit Tempo mit dazu noch. Zack. Molekülgeschoss-Tempo wäre noch nice gewesen. Aber leider nicht möglich. So, kosten... 30.000 habe ich noch. Wird sich da irgendwas kaufen lassen? Ja, Energieverlust durch Ladung. Ähm... 66% mehr Energie durch Dämmung. Oh, Energiezeit. Stimmt, das könnte ich ja auch nochmal upgraden. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ähm... Da, aber sogar nochmal. 16.000, warum habe ich das nicht geupgradet?